ASMR Massage bei Sophia. Ja, das hier ist mein brandneues Poker Set, mit dem ich heute ein Unboxing-Video für euch machen werde. Und das ist das Luxus Poker Set 007. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass ich gar nicht genau weiß, was sich da drin befindet, weil ich das von einer Freundin bekommen habe, die es wiederum von einem Freund bekommen hat. Und da sie nicht Poker spielt, sie ist einfach an mich weitergegeben. Ich weiß nun nicht, ob es vollständig ist und was sich überhaupt da drin befindet. Vielleicht befindet sich ja auch bereits eine Million da drin. Vielleicht sind die Chips nicht ganz vollständig. Ich bin absolut gespannt und lasst mich überraschen, denn von außen sieht das Poker Set hier schon echt cool aus. Also, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Und das wird wie gesagt mein erstes Unboxing-Video. So, jetzt mal gucken, wo ich das ausgucken kann. Also, wenn ich das ausgültere, was meine erstes Unboxing-史at und vermagnen Sie erst abzufinden. Okay. So. Ich versuch das jetzt. Okay. Und mal gucken wir es rein. Das sieht doch schon mal gut aus. Und was gibt es hier noch? Okay. Also das ist jetzt hier der Inhalt. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Auf jeden Fall schon mal schön, dass auch wirklich anscheinend ein Poker-Set drin ist. Okay. Okay. Hier habe ich jetzt also einen Poker-Kopper. Das sieht schon mal sehr schick und sehr deluxe aus. Mit seiner samtigen Oberfläche. Fühlt sich auf jeden Fall schon einmal sehr gutwertig an. Ich bin gespannt, was drin ist, wenn ich ihn gleich öffnen werde. So. Das ist einmal Trommelwirbel. Da scheint auf jeden Fall auch etwas drin zu sein. Ich werde es gleich mal umdrehen, da ich den jetzt von der falschen Seite aufgemacht habe. Okay. Super. Hier haben wir schon einmal den Dealer-Button. Das ist doch schon einmal gut. Und dann die Pokerkarten. Dann die Spieleinleitung, dass man zwischendrin auch nochmal nachlesen kann. Ich hoffe, hier sind auch ein paar Abbildungen dabei. Okay, das nicht. Okay, das sind halt die Regeln, die dran stehen. Sehr schön. Und nochmal ein zweites Spielkarten-Set. Oder Deck. Jetzt bin ich gespannt, wie die Karten aussehen. Die sind auch nochmal eingepackt in einer Schutzhülle. So, die Stiche mal irgendwo aufziehen. Das ist wirklich ein 007-Set. Das ist ganz schön mit dem Gold und mit dem Silber und Schwarz. Das sieht auf jeden Fall edel aus, der Koffer. Ja, prima. Die Karten sehen auch gut aus von der Qualität her. Die sind auch schön dünn. Ach, klasse. Und hier ist auch dann nochmal so ein Poker-Guide, dass man die Spielregeln auch immer schnell zur Hand hat. Wenn man sie mal braucht. Gerade für Anfänger ist es natürlich auch praktisch, wenn ich hier noch immer drauf gucken kann. Okay. Jetzt packe ich mal vorsichtig wieder ein. Sehr schön. Die passen auch genau rein, die Spielkarten hier. Dann kann ich noch das hier drüber. Und jetzt bin ich natürlich auch ganz gespannt auf die Chips. Hier befinden sich noch einmal eine extra Verpackung. So. Da sind sie. Die Chips. Ich nehme jetzt eine 5er-Stafe raus. So sehen die also aus. So sehen die also aus. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich nehme jetzt einfach mal eine hier raus. Hier haben wir nochmal so. Ein Pack 500er-Chips. Hier kommen dann 500er. In blau. Ich finde es ja immer noch einmal ganz gut, wenn die Größe der Chips, so wieviel die wert sind, auch nochmal drauf steht. So kommt keine Verführung auf und man muss sich keine Farbe merken. Hier nochmal die 5er. 25er. Hier die 100er. Das sehen auch ganz witzig aus in der Farbe. Hier nochmal 25. Das habe ich gar nicht gesehen. Da gibt es auch 10er. Das waren die 500er. Hier die 5er. Hier die 5er. 100. Okay. 10er gibt es nicht. Gut. Stimmt. Dafür gibt es dann halt ein paar mehr 5er. Da mache ich die auch noch einmal auf. So schauen, wie sich die Chips so in der Hand anfühlen. Ja, recht leicht. Fühlen sich auf jeden Fall gut an. Robust. Also ich denke, damit kann man noch viel Spielfreude haben. Auch wenn es mich etwas wundert, dass keine 10er dabei sind. Aber wie gesagt, dafür gibt es dann einfach mehr 5er und 25er. Und wenn man mit kleineren Größen spielt, schont das ja auch den Geldbeutel. Außer wenn man einen Gefeind natürlich. Jetzt kommen hier noch die grünen. Die 24er. Auch sehr gut zu unterscheiden von den 5ern. Und wie schön, dass hier alles reinpasst. Ich dachte ja, das Set wäre vielleicht schon gebraucht. Das scheint echt noch ein neues Set zu sein. Noch nicht mitgespielt. Und dann noch die 100er und 500er. Ja. Und das ist ein neues Set. Und das ist hingekommen. Als nächstes einmal eine 6er-2-4-4-4-5-5-7-1-5-5-4-5-6-5-6-6-7-4-7-4. Die Farbe von den Bründertern finde ich echt cool, sieht so ein bisschen aus wie eine bunte Schlange oder sowas, ein bisschen gefährlich auf jeden Fall, finde ich. Alle Chips sind einsortiert, die Karten, der Dealer-Chip befindet sich auch im Poker-Koffer, es ist ausgepackt, vollständig und neu. Und ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, ein cooler Koffer und ich hoffe, mein erstes Unboxing-Video hat euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen zum Pokerspielen animiert. Hat auf jeden Fall ordentlich Gewicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.